Wo ist mein Stundenplan? In der Schublade? Nein. In der Schultasche? Nichts. Na endlich! Was machst du? Ich bin gerade in der Klinik. In der Klinik? Ja, meine Mutter arbeitet hier als Krankenschwester. Ach so. Du Sarah, was haben wir morgen in der Schule? Hast du keinen Stundenplan? Hab ich. Aber wo? Keine Ahnung. Okay, also am Mittwoch, da haben wir Biologie, Deutsch, Ethik und Musik. Danke. Und Sarah, hast du nach der Schule Zeit? Gehen wir in die Schulbibliothek? Am Freitag haben wir eine Informatikpräsentation. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja? Hallo, Julia. Hey, hallo, Lukas. Du, Julia, hast du am Mittwoch Zeit? Wann denn? Um vier gehen wir Billiards spielen. Komm mit. Oh, super. Gute Idee. Okay, bis morgen. Oh, Sarah. Schulbibliothek. Unsere Präsentation. Ja? Vielen Dank.